Wunderschönen guten Tag ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr Lieben, wir fangen heute im Vlog jetzt ein bisschen später an. Wir fahren nämlich mit Ersch jetzt Fahrrad ohne Adrien. Er wollte nicht mit. Er sagte, er hat hier noch was zu arbeiten, liegt jetzt gerade in der Sonne und ich habe schon Fahrräder rausgeholt. Draußen ist es echt warm, wir haben über 20 Grad. Ich glaube 25, 26 oder so. Das Fahrrad von Ersch steht, meins auch. Ich glaube, wir müssen nochmal trinken mitnehmen und dann durch diesen Willos klöten, wie das Fahrrad aussieht hier. Richtig dreckig, meine. Ich habe so einen Pflaumen-Crumble mitgenommen, also Pflaumenauflauf sozusagen und drei Flaschen trinken und zwei Löffel. Ich weiß nicht, ob Ersch sowas mag. Auf jeden Fall warte ich nur noch auf ihn jetzt. Hübschen, diese Blumen, habe ich das Gefühl, die werden immer schöner, weil die einen schönen Standplatz hier haben. Die waren eigentlich ausgeblüht, alle. Kommen aber wieder. Ich hatte ja welche abgerupft, aber da kommen wieder welche zum Vorschein. Und die haben hier einen richtig schönen Platz, nicht zu heiß, nicht zu kalt und werden richtig groß, richtig krass. Finde ich voll hübsch. Ersch zieht mich hier voll ab. Moinsen. Hallo. Er sagt, wir können die Fahrräder tauschen, weil mein Fahrrad ist ja noch für meine Schwiegermutter. Und ich habe nur drei Gänge. Und Ersch hat 21, ne? Ja. Toll. Super. Ich habe heute einen sharesацион. Okay. Okay. Hallo. Der Bengel ist jetzt vorgefahren, er sagte, es kommt gleich ein heftiger Berg da und ich fahre jetzt mal so gut es geht halt im dritten und wenn ich nicht mehr kann schalte ich in der ersten Leute aber es ist so schön weil der Wind so ein bisschen frischer ist ist dann nicht so heiß Ich habe jetzt die Linse sauber gemacht, ist das besser für euch? Ich habe es darauf so gepustet und dann haben wir den T-Shirt sauber gemacht. Du willst nicht trinken? Wir haben eine kleine Pause, er sagte wir tauschen die Räder Nein, ich fahre mit meiner alten Gurke. Ich will nur mal ausprobieren. Du bist schon mal damit gefahren, schon vergessen? Das ist ein altes Fahrrad, das ist von 98 oder so, gehörte meine Schwiegermutter bei dem ist sie irgendwie nie gefahren gefühlt, also hat sie erzählt, dass sie nicht gefahren ist. Sie wollte aber hat irgendwie nicht gemacht. Stehen bleiben kurz. Mal trinken. Du fährst los, mal trinken. Nimm deine Kopfhörer daraus da oben. Na gut dann. Es geht. So ist es nicht. Es ist jetzt nicht so schlimm. Aber ich glaube mit der Rücktrittbremse werde ich ein bisschen Probleme kriegen. Es ist halt ungewohnt so, hier so zu fahren. Oh fuck, ich muss die Kamera rausfahren. So, er ist jetzt die ganze Zeit mit meinem Fahrrad gefahren von da ganz hinten und ich bin mit seinem gefahren und ich muss sagen, sein Fahrrad schlässlich hängt hier an. Einfach habe ich das Gefühl. Ja. Und meins? Ist auch gut. Du bist noch jung. Ja, beides. So, ich möchte gerne mal ganz kurz was trinken und da kommt schon ein Pferd an. Das ist voll cool. Picknick? Ich habe was mit. Nein, erst nicht. Er will schon nach Hause. Ich will nach Hause. Cool, ne? Weil man so hier reitet bestimmt. Das ist ganz nett. Ja, hier ist unsere Picknick-Decke. Guck mal. Du kannst dich nach da saften. Ich setze mich einfach daneben. Nein, ich brauche nicht. Ich hoffe, dass hier natürlich kein Hund gekackert hat. Ich setze mich nicht. So, setz dich mal hin. Los. Litzchen. So nicht. Und dann. Also, ich habe jetzt hier meinen Crumble mit. Ich hoffe, dass ich das hier alles nicht voll schmiere. Schmeckt aber wirklich super lecker. Hast du schon mal probiert gestern? Nee, ne? Wolltest du nicht? Ich sage ich auch. Okay. Also, guten Appetit. So, unser Picknick. Mein Picknick ist fertig. Ich schenke mir eine Blume. Oh, wie süß. Du schenkst mir eine Blume ein. Hier sind Getreide. Nee, das ist ja irgendwas anderes, ne? Aber ich habe die Hälfte geschafft. Mir geht irgendwie nicht. Aber es ist hier so schön. Natürlich dreht sich dieses Rad hier unheimlich laut, ne? Man hört das total. Aber man hört noch die Vögel. Auf jeden Fall wollen wir jetzt weiter. Trinken ist leer. Und jetzt geht es einmal Richtung nach Hause. Ich kann es kaum abwarten, ne? Er hört mich nicht. Er hat seine Kopfhörer. Hörst du mich doch? Hörst du mich doch? Ja. Na gut, dann hört er mich doch. Hier ist auch noch mal Mais gepflanzt. Sonst haben wir ja Getreide hier ganz viel. Raps dieses Mal nicht. Aber ganz viel Getreide eigentlich. Also Weizen überwiegend. Nehmen alles zurück. Hier ist Raps ausgeblüht. Aber noch nicht abgemäht. Hier ist überall Raps. Ja. Na gut. Ich weiß ja gar nicht wann das überhaupt fällig ist. Also wann sie Raps mähen die recht zügig ab. Aber irgendwie nicht so ganz. Ja gut. Aber in dieser Ecke, muss ich sagen, waren wir schon länger nicht mehr. Ich hoffe, dass die Kameras nicht ausschalten, wenn ich ausschalte aus Versehen. Oder auch nicht das Mikro zu machen. Ja. Auf jeden Fall ist das Wetter heute total schön geworden. Normalerweise haben die gesagt, heute ist alles total bedeckt. War aber überhaupt nicht, ne? Ja. Oh, ein Hase. Oh ja. Ab ins Feld. Da war ein Hase gerade eben. Voll süß. Kleines Häschen. Ist jetzt irgendwann im Raps nicht beschwunden. Irgendwo ist es da jetzt. Na gut ihr Lieben. Also wir fahren jetzt Richtung nach Hause und genießen immer diese Sonne noch. Die noch da ist. Morgen. Übermorgen soll es, also morgen nicht, aber übermorgen soll es sehr sehr heiß werden. Und morgen kommt das Auto weg. Ist auch blöde. Einmal zur Reparatur. Und mal gucken. Ich hoffe, dass wir das recht zügig wiederbekommen, dass wir mal vielleicht mal zum Strand fahren können oder so. Weil bei der Hitze mag mal draußen auch gar nicht so richtig sein, ne? Und vielleicht ist es bei uns im Norden gar nicht so heiß. Wobei nein, hatten wir es schon mal. 35, 36 Grad hatten wir es schon dieses Jahr. Dazu ist es eh im Süden immer wärmer. Aber hier ist es auch manchmal sehr warm. Allerdings haben wir hier manchmal halt den frischen Wind. Ich bin voll aus der Puste. Gott. Mal sagen, guck mal, das ist hier ein Mirabellenbaum. Ich wollte es erst sagen, es sind gar keine, aber doch ein paar sind da. Nicht so viele, ne? Die siehst ja irgendwie, wie kann das sein? Das ist aber recht leer, wenn das alles ist da so ein bisschen grün. Naja, vielleicht sieht man das noch nicht so gut, weil es eben alles so grün ist. Und hier sind auch Mirabellenbäume. Ganz viele, die ganze Reihe hier durch. Hier wird Marmelade verkauft. Guck mal, ich habe leider kein Geld jetzt hiermit. Nächstes Mal nehme ich mal was mit rote Johannesbären. Rote Johannesbären, alles in Rote Johannesbären. Und was ist hier noch? Mirabelle schon. Guckt mal, 1,50 pro Glas oder 2,20 für so ein großes Glas. Nächstes Mal muss ich mal Geld mitnehmen. Das ist cool. Finde ich gut, sowas. Ich komme jetzt auf ohne den Bildschirm, weil wenn ich die Kamera anmache, ich hier mit einer Hand, das ist total schwierig. Deswegen habe ich den Bildschirm jetzt gar nicht auf. Ich hoffe, dass ihr mich sehen könnt. Ja, erst habe ich gerade gewartet, hast du wenigstens Geld in dem Rucksack vielleicht drin, aber nein. Sagt, er hatte mal 7 Euro gehabt und leider. Ist ja nicht schlimm. Ja, kann ich nächstes Mal mitnehmen. Und wir fahren jetzt aber durch den Wald. So eine kühle Erfrischung jetzt hier, ganz anders. Ich hoffe nur nicht, dass wir... Ah, hier sind Brennerzeln an der Seite. Ähm, dass wir hier nicht von den Mückenäpp zerstochen werden, weil hier sind auch teilweise sehr viele Mücken. Wenn man stehen bleibt, ist das Stochen. Also... Naja, gut. Also wir fahren einfach nach da. Oh, Hilfe. Wir haben jetzt einen Apfelbaum erreicht, den wir auch letztes Jahr ein bisschen was gepflückt haben. Alles voller Apfel. Esch ist noch nicht reif. Kriegst du Bauchschmerzen? Wir haben früher als Kinder auch grüne Äpfel gegessen und haben ja gespuckt davon. Möchtest du spucken? Ist sauer, ne? Schmeckt nicht. Ne, es schmeckt auch noch nicht. Also die waren aber sehr lecker. Letztes Jahr war dieser Baum richtig voll. Wir haben ein bisschen was gepflückt, aber die waren, glaube ich, kleiner im Verhältnis zu so waren. Kleinere Äpfel und rot aber. Aber unten darf es nicht reif, ne? Die sind nicht reif. Also da gucken wir jetzt ein bisschen. Nein. Da ist etwas mit rot, ist aber noch nicht reif. Das glaube ich nicht. Aber wegen Fuchs. Fuchsbandwurm oder so? Nein, Fuchs, wenn die da ran pinkeln. Da pinkelt keiner hoch. Oder du meinst, dass der Fuchs da so hoch kommt? Nein, damals irgendwie in einem alten Haus. Ja, wenn es irgendwo... Ja, wenn die Bären auf dem Boden sind, dann ja. Aber wischen dann von meinem T-Shirt ab. Guck das T-Shirt hast du an. Ja, ne? Kommt bald raus. Ja, ne? Vorsicht von deinem Zahn. Und, schmeckt besser? Ja, ne. Gerade gefragt. Und? Ist es so schlimm mit mir Fahrrad zu fahren? Kannst fahren. Ich nehme nur was auf. Ha? Ne, du wartest auf mich. Auf jeden Fall sagte er, das ist gar nicht so schlimm mit mir zu fahren, oder? Nö. Ach ja. Jetzt sind wir das erste Mal ohne meinen Schnuckipucki, ne? Ich habe vorhin gesagt, kommst du... Oh, Auto! Ich habe gesagt, kommst du mit? Nö. Ja, gut. Wieso fahren wir alleine? Ich habe zweimal gefragt. Aber er sagte, ne. Sein Video war noch nicht richtig durch. Am PC. Bei YouTube hat sich diese Ewigkeiten geprüft. Autos! Du hast auch gedacht, dass du so schnell um die Kurven gefahren hast. Ja, ich finde auch. Ja, die fahren hier wirklich teilweise sehr sehr schön um die Kurven. Und... Nun gut. Jetzt waren wir mal auch ohne Adrian unterwegs. Ist auch mal ganz nett. Ähm... Genau. Aber schön ist es, gerade wenn die Sonne scheint oder so. Und ähm... Es ist langsam nachmittags. Und viel werden wir jetzt nicht mehr machen. Oh, Abendbrot gibt's gleich. Also, aus Abendbrot. Wir haben nicht mal Mittag gegessen heute. Äh... Frühstück ganz wenig, weil es recht warm war. Zum Mittag nachher gar nichts. Und ich hab nur getrunken halt, ne? Achso, und heute habe ich schon wieder Kommentare gelesen bei meinem Video. Dass ihr alle mein pinkes Kleid so schrecklich fandet. Das habe ich schon im Video davor gelesen. Und jetzt schreiben noch mehr, dass es schrecklich ist. Ich glaube, ein einziger oder zwei haben geschrieben, dass es hübsch aussieht. Joa... Aber wie gesagt, ich finde das hübsch. Äh... Vielleicht war das ungebügelt. Deswegen sah das so komisch aus. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Im Grunde ist das tatsächlich wie so ein Sack, das Kleid. Aber... Ist von H&M. Naja. Na gut. So. Wir düsen jetzt mal weiter. Und gerade eben ist mir ein Vogel hier in die... In das Rad geflogen, ey. Und da konnte er nicht mehr fliegen. Aber ich konnte da nicht bremsen. Gar nicht. Er ist da noch auf dem Bürgersteig, ey. Finde ich voll blöd jetzt. Und ich kann da nichts dafür. Ich hoffe nicht, dass er tot ist. Esch fährt hin. Der ist gegengeflogen einfach. Weil er so tief... Ist er da? Warte. Was ist hier irgendwo? Er ist nachher... Also er ist... Ha? Liegt er da? Echt? Ich weiß nicht, ob es der ist. War der weiß? Das ist doch kein... Nicht so was anderes. Nein, er war so grau, klein. Ich glaube, dass... Ich weiß nicht, ob das ein... Dings war. Ein... Äh... Spatz war das nicht. Wie heißt denn diese... Schwebe? Ich glaube, es war so ein kleines Schwebe. Nein, der ist weggekommen. Naja, ich kann da nicht dafür leider. Also... Ich kann echt nicht dafür. Ich hoffe, dass er das überlegt hat. Wir haben eine Stunde gebraucht hier eben. Das war richtig cool, man. Das ist richtig durchgepustet, ne? Dadurch. Jetzt muss ich meine Blümchen gießen. Ansonsten sehe ich schwarz. Heute war das den ganzen Tag irgendwie recht warm. Deswegen brauchen die unbedingt Wasser. Das Gute ist ja, dass ich diesen Bereich jetzt hier aus der Regentonne hier gießen kann. Und das da in der Regentonne ist tatsächlich wahrscheinlich ein Pilz. Schätze ich mal, was zwischen Steinen entstanden ist. Mein Schnuck ja das mal gezeigt. Haben einige geschrieben, das ist wahrscheinlich so ein Pilz. Achso, und dann wollte ich mir mal meinen Olander zeigen. Der ist so schön. Der blüht richtig schon. Das ist richtig cool. Guckt mal. Ich hoffe, dass mir derjenige verbrennt, ne? In der Sonne. Ich habe schon einen Schirm extra aufgestellt. Und hier haben wir eine Biene. Guckt mal, wie der blüht. Voll hübsch, oder? Richtig hübsche Blüten. Oder gewachsen. Richtig gewachsen. Ich muss nur noch gucken nachher, wie ich den überwintern lasse. Guckt mal. Ganz hübsch. Ja, und ich muss jetzt hier alles gießen. Gestern habe ich auch hier die Rispenhotel in See gegossen. Auch hier gegossen. Schmeiterlingslieder blüht schon. Guckt mal. Sieht richtig hübsch aus. Hat ein bisschen hier Blätter verloren. Also die waren vielleicht zu viel Trockenheit gewesen. Oder so schätze ich mal, ne? Aber ist richtig hübsch. Und Schmeiterlinge sind jetzt natürlich abends nicht mehr so da. So, die lasse ich hier noch. Hier sind noch ein paar Blümchen, die immer wieder kommen. Hier sind ganz viele Wespen, äh, Wespen. Bienen und Hummeln. Die sind hier in Gange. Diese Blume ist ja auch total schön hier gekommen. Also die Beton hier, die muss ich noch ein bisschen hier abmachen. Auch so eine Fusselarbeit, ne? Man muss jeden Abend, jeden Tag am besten halt, die nicht mehr so schön sind, abmachen. Und... Aber die ist auch richtig gut gekommen. Deshalb habe ich gedacht, dass das hier nicht zu heiß ist. Aber nö. Geht. Also die vollbrennt hier zumindest nicht. Außer dem Fall sehr, sehr riesig geworden, finde ich jetzt. Sind zwar drei Pflanzen hier, aber trotzdem finde ich sie wirklich sehr groß. So. Weg. Diesen Sukkulenten habe ich so ein bisschen Bedenken, weil hier teilweise sehr, sehr heiß ist mittlerweile. Aber es ist so, dass ich diesen hier ein bisschen höher wachsen lasse. Ist natürlich blöd fürs Fenster, aber ist nicht schlimm. Dann ist hier Schatten. Dann verbrennt hier nicht alles. Und die gieße ich auch von regelmäßig. Die sind auch hier total schön. Eigentlich habe ich schon gedacht, die verbrennen mir garantiert. Aber halten sich nur ganz gut. Auch diese hier habe ich total lange. Sehr, sehr lange. Halten auch noch. Also noch ist nichts passiert. Hat mir jemand geschrieben, dass es so extra Dünger gibt. Das wusste ich gar nicht für Hängepflanzen oder so. Wurde mir geschrieben. Die Firma wurde auch genannt, aber habe ich jetzt gerade vergessen. Ich muss hier ein bisschen was abzopfen, abrupfen. Und ich dünge diese Pitoni einfach mit dem normalen Dünger, der für alle Pflanzen geeignet ist. Und pul natürlich hier immer wieder ab. So eine schöne Therapie, ne? So eine Beruhigung. Ich finde die wirklich total schön. Ich hoffe nur, dass die mir allzu schnell nachher, dass mir die Blätter nicht so schnell gelb werden. Das wäre doch nicht so cool, ne? Ich pul zwischendurch auch mal die Blätter mal ab oder so. Aber sie sieht richtig schöner aus, wenn die grün sind, ne? Und nicht trocken. Wie gesagt, hier hat sie eigentlich schon einen schöneren Platz als drüben, in der Südseite. Hier ist ein bisschen mehr Schatten nachmittags. Nur gut, ihr Lieben. So, die Kinder waren heute im Pool wieder. Die haben aber alles wieder drauf gemacht, die ganze Plane. Und ich mache mich jetzt auch mal kurz ans Rasen... Quatsch. Blumen gießen. Und guckt mal. Die haben hier auch einen wunderschönen Platz. Die sind hier auch sehr gut gekommen. Das ist richtig cool. Hier ist es auch nicht zu heiß. Na gut, ich schnappe mir mal ganz schnell eine Gießkanne und dann gieße ich. Und übrigens, das hier geben die Kinder als Chlor quasi. Oder das ist ja Chlor hier. In den Pool rein. Dieses hier haben die bei Bauhaus gekauft scheinbar. Genau. Kannte ich gar nicht. Aber bringt aber was, ne? Das Wasser ist nicht mehr so eklig, wie das mal war. So. Ich hole mal ganz schnell die Gießkanne. Die sind hier auch schön. Da habe ich vor so einen Rundgang hier mit euch, ne? Die haben hier auch einen schönen Platz. Also das ist hier nicht zu heiß, relativ warm. Finde ich auch ganz cool. Dann habe ich hier übrigens diesen Kasten. Auch der sieht nicht mehr so schön aus, finde ich jetzt. Die würde ich ganz gerne weiß streichen. Und natürlich muss ich zuerst alles hier schrubben. Und ich weiß nicht, wie die mit dem Rosten nachher so ist. Auch Vorstreichfarbe und sowas. Und muss ich gucken, wie das dann nachher aussieht. Ich würde es ganz gerne, wie gesagt, einmal weiß streichen. Wobei ich schon überlegt habe, einfach nochmal sauber zu machen. Und nochmal mit Öl drüber. Aber ich hätte gerne diesen Kasten in weiß. Wir sind jetzt fertig. Und jetzt werde ich mich für uns Abendbrot machen. Er hat schon gesagt, er isst nichts. Nur eine Gurke oder so. Und für meinen Schnucki und für mich mache ich noch einmal kurz Abendbrot. Mal gucken, was da so nett ist. Es gibt ja noch Lachs und ich schaue einmal ganz kurz. Der Teller für meinen Schnucki und für mich sind die fertig. Ich habe hier Tomatenmussereloch für Adrian. Krautsalat, Wurst. Also Alwassbrot mit Wurst und Käse. Das ist mein Teller. Ich habe hier Vollkorn-Kräuter-Baguette mit Frischkäse, Lachs und Tomaten. Und Ash hat jetzt dann doch Hunger. Er sagte doch lieber irgendwie noch ein Brot. Lieber Wurstbrot und Salamibrot und Gemüse. Das mache ich jetzt noch für ihn. Ich habe gerade wirklich nur noch eine Gurke oder Gemüse und sagte, ne doch ein Brot. Na gut, er hat heute den ganzen Tag eigentlich gar nichts gegessen. Weil es halt so warm war und hat irgendwie glaube ich nur eine Gurke, hat er heute gesagt. Und Müski. Schade oder so. Na gut, jetzt mache ich für ihn auch einen schönen Teller. Teller für Ash ist jetzt auch fertig. Ich habe halt ein bisschen Gemüse. Und dann das Brot wie bestellt, ne. Voll Salami, Leberwurst. Genau, das gibt es dann für ihn gleich zu essen. Jetzt sitze ich auf meinem Lieblingssofa, ihr Lieben. Und ich glaube, ihr wisst schon, was es bedeutet, ne. Ja, es ist alles erledigt jetzt. Die Blümchen sind versorgt, Gott sei Dank. So eine Hitze ist natürlich echt blöd, wenn man immer nicht gießt oder so. Ich hatte glaube ich vorgestern nicht gegossen. Und dann hinterher bereut man das ja auch, ne. Weil sie dann doch Wasser brauchen. Und gestern gedüngt, heute ganz normal gegossen. Also, ja, der Rasen müsste nochmal irgendwie ein bisschen gesprengt werden, glaube ich. Weil er doch langsam wieder ein bisschen trockener wird. Ich weiß nicht, inwieweit es morgen sonnig wird oder nicht. Weil bei der Sonne kann man eigentlich auch nicht, oder wenn die Sonne scheint, kann man auch nicht unbedingt gleich den Rasen sprengen. Da muss man auch mal warten bis abends oder so. Oder morgens macht man das dann. Ja, ihr Lieben. Also, ich habe gerade die Kommentare nochmal durchgecheckt, durchgeguckt. Und mit dem Autoschlüssel muss ich gucken, da ist tatsächlich irgendwo wohl eine Batterie drin. Ich weiß aber nicht, wo. Wo man da rankommt. Ich habe geguckt. Keinen Plan. Ich habe irgendwie kein Fach gesehen. Aber wahrscheinlich wird es dann doch die Batterie sein. Ich bin gespannt, morgen muss es hier in die Werkstatt. Und entweder frage ich da oder gucke selber nochmal. Weil im Moment fahre ich dann mit dem anderen Ersatzschlüssel sozusagen, ne. Ja, aber wie gesagt, ich habe auf dem Parkplatz schon Panik geschoben. Bis ich geschnallt habe, dass ich ja noch ein Schlüssel, also ein Loch in der Tür habe, womit ich halt aufschließen kann. Na, ich habe gedacht, so, du kommst jetzt nicht mehr ins Auto rein. Das war's. War ja irgendwie voll so, boah, erst im Moment, ne. Und danach, als ich so ein bisschen zu mir kam, dachte ich, hä, ein Schlüssel aufgeklappt, dachte ich, hä, ich habe bestimmt auch in der Tür ein Schlüsselloch. Und das war tatsächlich auch so. Ich weiß nicht, ob es Autos gibt, aber wahrscheinlich haben sie alle noch ein Schlüsselloch, ne. Schätze ich mal, wenigstens Fahrer seid so. Ein Beifahrer weiß ich jetzt nicht. Also bei uns gibt's nirgends woanders ein Schlüsselloch, aber halt in der Fahrertür, Gott sei Dank. Ja, aber in dem Moment weiß man irgendwie auch gar nicht so recht, was man machen soll, ne. Ich habe, wie gesagt, Max draufgesprochen und so, aber er hat gar nicht reagiert, ne. Ja, ich bin gespannt. Muss ich morgen mal gucken. Heute kam ich überhaupt nicht dazu. Ja, ihr Lieben, äh, ich würde sagen, das war's denn jetzt hier mit diesem Video. Es wird ein bisschen kürzer sein als der Vlog zum Beispiel, nicht davor, sondern noch, also heute habe ich ein Video geschnitten. Leute, 33 Minuten. Ich habe schon gedacht, mein Gott, was hast du da alles aufgenommen? Aber manchmal, wie gesagt, lässt sich das gar nicht vermeiden. Mal sind die bisschen kürzer, mal halt länger. Je nachdem, was ich so mache in dem Vlog. Und, äh, genau. Ansonsten hoffe ich trotzdem, dass es euch dann, äh, gefallen hat. Äh, passt auf euch auf und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hier haben wir noch. Tschüss. 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 Vielen Dank.